Hallo liebe Leute, heute melden wir uns hier aus dem eher tropischen Bereich bei Zoo Zajag zurück. Wir stehen mitten in unserer Verkaufsanlage und ich habe euch was Schönes mitgebracht. Heute möchte ich euch erklären, was dieses Stück Holz mit diesem Tier gemeinsam hat. Jeder, der schon mal bei uns Kork gekauft hat, wird diese lustigen weißen Belege auf dem Kork kennen. Man nennt es Flechten. Und was das genau mit diesem kleinen Gecko hier zu tun hat, das möchte ich euch heute erklären. Wir reden heute über den Flechtengecko. Der Flechtengecko, hier in dem Fall ein Mainlandtier. Der Flechtengecko heißt Flechtengecko, weil auf dem rotbraunen Untergrund, also der Basisfarbe des Tieres, diese grünen Abzeichen quasi wie auf diesem Korkstamm den Flechten ähnelt. Deswegen heißt dieses Tier Flechtengecko. Da ich den kleinen Kollegen jetzt, da er nachtaktiv ist, nicht weiter stressen möchte, werde ich den jetzt erstmal hier in das Terrarium reinsetzen. Wir filmen natürlich nachher für euch nochmal ein paar Ausschnitte von dem Tier. Aber es ist für ihn definitiv die sichere Alternative, im Terrarium zu sitzen. Vorab natürlich hier auch wieder der Hinweis, das Tier sitzt in einem relativ kleinen Terrarium. Es ist jetzt aktuell nur ein Showbecken, um euch natürlich das Tier zu zeigen, weil dadurch, dass das Tier nachtaktiv ist, würde er natürlich jetzt in seinem Standardterrarium versteckt unter den Bäumen und Ästen hocken, unter Rufaden, dass er nachts dann auf die Jagd gehen kann. Das Tier kommt aus Neukaledonien. Um genauer zu sein, hier gibt es zwei Lokalvarianten. Die eine Variante kommt von der Insel Pine Island. Zeichnet sich daraus durchaus, dass die Tiere im Allgemeinen größer und kräftiger sind. Wir haben ein Mainland-Tier, die kommen in der Regel von der Insel Grand Theray und sind hier an der Stelle etwas kleiner und schmaler, etwas zierlicher. Neukaledonische Flechtengeckos sind in der Regel genauso wie die Kronengeckos, die ebenfalls halt von Neukaledonien stammen, relativ einfache, dankbare Pfleglinge. Sie kommen relativ gut zurecht mit einem Terrarium in den Maßen 50 mal 50 mal 1 Meter. Wie ihr schon merkt, ein Hochterrarium als Baumbewohner halt ganz, ganz wichtig, denn die klettern eher in die Höhe anstatt in die Breite. Die Temperaturen, die der Flechtengeckos in seinem Terrarium haben möchte, sind doch relativ kühl. Man meint jetzt, okay, Neukaledonien ist relativ warm, aber Fehlanzeige, hier ist es tatsächlich so, dass er mit Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad gut auskommt. Hier muss man auch bitte immer bedenken, gerade wenn es im Sommer bei uns um die 30 Grad plus wird, dass man gegebenenfalls die Beleuchtung ausschaltet, weil es den Tieren sehr, sehr schnell zu warm wird. Und dadurch leider auch recht schnell solche Tiere versterben können. Deswegen Obacht, Neukaledonische Geckos an sich mögen es eher kälter wie zu warm. Die Luftfeuchtigkeit bei den Tieren darf ruhig so um die 70 Prozent liegen. Nachts darf das gerne auch mal etwas höher gehen, was im Endeffekt ganz normal ist, weil natürlich, wenn ihr morgens und abends sprüht, dementsprechend erhebt sich die Luftfeuchtigkeit in der Nacht natürlich auch. Wenn ihr jetzt natürlich Lust bekommen habt, die doch relativ seltener gehaltenen Flechtengeckos nachzuzüchten, es ist natürlich ganz wichtig, dass ihr hier an der Stelle auch wisst, was ihr tun müsst. Hier ist es so, dass die Neukaledonischen Flechtengeckos doch relativ territorial ist und man muss vorrangig erstmal schauen, dass man ein gut harmonisches Pärchen findet. Denn gerade die Weibchen sind zur Paarungszeit doch relativ rabiat mit den relativ kleinen, zarten Männchen. Da sollte man am Anfang immer erstmal schauen, dass die Tiere auch wirklich gut harmonisch miteinander auskommen. Nun ist es so, dass wir, wenn wir verpaaren wollen, auch schauen müssen, dass das Tier die gegebenen Anforderungen überhaupt entspricht. Hier sollte man schauen, Neukaledonische Flechtengeckos sind in der Regel erst mit zweieinhalb bis drei Jahren geschlechtsreif. Das liegt aber auch vorrangig daran, dass diese Tiere ziemlich alt werden können. Ich habe jetzt mich mit Züchtern und Kuh ausgetauscht, die tatsächlich sagen, die könnten bis zu 30 Jahre erreichen. Vielleicht wäre es ja immer interessant, wenn ihr solche Tiere haltet, wie alt sind denn eure Tiere so geworden? Jetzt kommen wir nochmal zu der Ernährung, weil die hätte ich jetzt fast ganz vergessen. Hier ist es so, dass die Neukaledonischen Flechtengeckos super gerne Früchte und Fruchtbreie essen. Da gibt es mittlerweile auch schon Fertigpräparate für, sodass man nicht selber in der Küche stehen muss, das Ganze kochen muss, supplementieren muss. Aber auch hier sollte man natürlich schauen, dass gerade diese Tiere wirklich genügend Eiweiß zur Verfügung kriegen im Sinne von Insekten. Ich habe euch jetzt relativ viel zu einem dieser Neukaledonischen Flechtengeckos erzählt. Ich hoffe, euch hat das Video hier an der Stelle gefallen. Wir haben aktuell relativ viele Neukaledonische Tiere im Bestand. Wenn ihr jetzt gerne mal ein anderes Video über was anderes sehen möchtet im Sinne von nicht den Kronengeckos, sondern halt dann wirklich mal den Höckerkopfgeckos, den Riesengeckos oder vielleicht auch mal den Halmahera Riesengeckos, dann sagt einfach mal in den Kommentaren Bescheid und dann setzen wir es beim nächsten Mal um. Vergesst uns nicht zu liken, zu abonnieren, Glocke aktivieren. Schönes Wochenende. Bis dahin. Bis dahin.